Zweite Bundesliga Der VfL Bochum verliert nach einem hauen Leistung in Magdeburg Punkte auf die Tabellenspitze. Spektakulärer und besser macht es Holstein Kiel, und schießt den MSV Duisburg gnadenlos ab. Holstein Kiel befindet sich in der zweiten Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Beim MSV Duisburg gewannen die Störche verdient mit 4.0, 0.0. Janisa, 60-77, Kingsley Schindler, 56., und Lea Esung, 89., sorgten mit ihren Toren in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung zugunsten der Schleswig-Holsteiner, die seit sechs Spielen ohne Niederlagen sind. In der Tabelle verbesserte sich Kiel auf Platz 6. Der MSV ist 15. und musste nach vier Spielen erstmals wieder als Verlierer den Platz verlassen. In der zweiten Hälfte wurden die Hausherren klassisch ausgekontert. Der erste FC Magdeburg tritt auch mit die Trainer Michael Oening auf der Stelle. Im zweiten Spiel unter dem neuen Coach kam der FCM gegen den VfL Bochum nicht über ein 0.0 hinaus und wartet im Tabellenkeller weiter auf den ersten Sieg seit September. Der VfL verlor am 15. Spieltag etwas den Anschluss an die Aufstiegsringe. Bochum war vor 22.252 Zuschauern über weite Phasen der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Mit viel Ballbesitz kontrollierte der VfL das Spiel und kam durch Lukas Hinderseer, 8.17, zu guten Gelegenheiten. Magdeburg wurde erst spät gefährlich. Die beste Chance durch Richard Weil parierte Bochums Torhüter Manuel Riemann stark, 43. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Begegnung. Bochum blieb allerdings spielbestimmend und drängte die Gastgeber oft in die eigene Hälfte. Magdeburg lauerte auf Konter. Ein Treffer fiel aber nicht mehr. Der SV Sandhausen bleibt tief im Tabellenkeller. Die Kurpfälzer unterlagen trotz einer Führung 1.2, 1.2, im baden-württembergischen Duell gegen den 1. FC Heidenheim. Damit ist der SV es, der nur 10 Punkte auf dem Konto hat, seit 5 Partien ohne Dreher. Arne Falk, 39., und Dennis Tomala, 45.1, trafen für den FCH bei seinem Lieblingsgegner. Heidenheim hat nur 1 von 17 Pflichtspielen gegen Sandhausen verloren. Philipp Förster, 8., war für die Mannschaft des neuen SVS-Trainers Uwe Koschinat erfolgreich. Der Coach durfte bisher nur bei seinem Einstand Mitte Oktober einen Sieg feiern. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team